Moin Leute, herzlich willkommen zu einer kleinen Runde von DINARUNNERS zusammen mit Maudado. Hallo. Leute, Maudado und ich, wir haben uns selbstständig gemacht und wir haben jetzt hier einen kleinen Laden aufge... Och Gott, wir müssen die Bestellung hier fertig machen. Oh, Juice Bread. Warte, hier hinten ist Brot. Die Gitterkartoffeln sind aus. Warte, wir haben hier hinten die ganzen Sachen. Auch im Lager ist auch noch was. Wer will Bread, Juice oder Fries? Ja, das ist viel zu viel. Wie nehme ich die Pries? Wie nehme ich die Pries? Das weiß ich auch nicht. Ach doch, du musst hier einen Tray nehmen. Ah. Einen Tray. Okay. Bread, Bread, Pries. Wo ist Brot? Bei mir ist Brot. Da. Ich brauche Fries, Juice und Soda. Vorsicht. Fries. Wo ist ein Fried Chicken? Juice und Soda. Bitte, bitte, bitte. Nein. Wie soll ich das schaffen? So schnell bin ich nicht. Ich verstehe das auch nicht. Fries, Bread, Juice. Warte. Da, da, da. So. Oh mein Gott. Verdammt, ich habe gerade zwei. Ich mache auch ein. Ja, ich habe es auch geschafft. Ich habe einen. Bei mir hat es geklappt. Okay, wir haben zwei geschafft. Sieben verloren. Gib ihm Brot. Ah, ich habe hier einmal Brot. Ab. Oh, okay. Ja, ja, ja. Fries, Fried Chicken. Genau, Fried Chicken sind die Dinger hier. Bread. Das war's. Fried Chicken. Okay, Fried Chicken, Fries. Da. Oh mein Gott. So schnell hat sich noch nie jemand eingearbeitet. Bread. Juice. Fried Chicken. Juice. Das ist so das. Und Bryce. Oh, jetzt kommt bei uns kommt auch die Polizei mittlerweile. Warum? Ja, weil sich das rumgesprochen hat, wie gut wir sind. Ah ja. Die kommen nicht zur Kontrolle, oder so? Nein, 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 nein. Box. Oh, die Police. Ah, genau. Hinten sind auch Boxen, falls was ausverkauft ist. Ja, ich mache den schon. Zack, zack. Oh, der eine ist weggegangen. Ja, ich habe deinen Job geklaut. Ach so, hier sind wir Morado. Juice, Soda Bread und Shit. Ah ja, ich habe hier aber schon alles. Bam. Oh, wir haben schon 360 Dollar verdient. Okay, ja, wir müssen hier mal langsam restocken. Willst du das übernehmen? Ähm, ja. Ein paar neue Fries, ein paar neue Chickens. Mach ich, mach ich. Ich kümmere mich hier um die Bestellung. Ja. Zack. Vorsicht. Ja. Kann ich sprinten? Also, ich bin sehr überzeugt von unserem Teamwork. Am Anfang leichte Startschwierigkeiten. Das war auch ein kalter Start. Das stimmt. Wir wurden praktisch einfach reingeworfen. So, machst du den hier mit Bread und Soda? Ja. Okay, sehr gut. Äh, warte, ich mache den hier. Soda Fried Chicken Bread. Ah, nein, ich habe was verkackt. Egal, er kriegt was extra. Ach, was Wrong Order. Er hat sogar was umsonst bekommen. Ey, Brot muss aufgefüllt werden. Ja, ja, du schaffst das. Wie machst du das? Ich weiß nicht mal, wie man nachfüllt. Blüe bist du talentiert. Hör auf zu lügen. Warum bedienfst du ihn nicht? Ja, ich warte doch. Ich mache doch. Oh, jetzt hast du. Oh, Mann. Jetzt fällt mir die Sankt auch noch. Bread, you soda fried. Du bekommst niemals mitarbeitet. Ja, bitte, bitte, mach hier. Ich schaffe das nicht. Ich mache das hier. Ich fülle auf. So, ich habe aufgefüllt. Den schaffe ich nicht. Ja, den schaffe ich nicht. Den schaffe ich nicht. Ich bin überarbeitet. Oh. Ich bin überarbeitet. Wir haben verloren. Wie? Wir haben verloren. Ja, bei mir steht, you lost. Ja, bei mir auch. Also, ich fand, wir haben das sehr gut gemacht. Ja, wahrscheinlich dürfen wir nicht zu viele unglücklich machen. Ja, das stimmt. Okay, let's go. Okay, okay. Ich habe einen Tray. Ja, ich habe auch schon mal eins. Und hier sind die Kisten zum Nachfüllen oder wie? Ja, die grabt man einfach und dann packt man die da einfach rein. Und wo bleiben die Kunden? Ja, das frage ich mich auch. Okay, da haben oben gerade Geld. Kannst du auch irgendwie Sachen kaufen oder so? Können wir unser Restaurant upgraden? Ich glaube nicht. Ich mache den ersten, keine Angst. Okay, ja, mach du den ersten. Ich mache den. Soda, fries, bread. Soda, fries, bread. Alter, das hast du dir gut gemerkt. Ja, ja. Hey, das war dann das Richtige. Das habe ich mal und das tut mir leid. Soda, tschüss, chicken. Soda und tschüss. Soda? Ja. Ach nee, das ist Soda und tschüss. Ja. Richtig. Ich habe das Gefühl, mir wird umgegangen wie mit so einem dummen Jungen. Ey, das ist die Stadt aus dem Feuerwerksimulator. Hier habe ich mal Sachen in die Luft gejagt. So. Na ja, dann liebst du dich ja jetzt quasi. Soda, Soda und Fried Chicken. Ja, genau. Oh ja. Tada. Ach, guck mal, hier ist ein Computer. Ah ja. Fries, bread, soda. Second Fried Chicken. Ja, aber wozu? Wer geht denn so ein Restaurant und denkt sich jetzt eine Scheibe Toast? Ey, ich. Guck mal da. Jetzt, es müsste was passiert sein. Was passiert? Ah ja, wir haben jetzt Doppelt Fried Chicken. Also, oh. Nice. Ja, es ist so ein leckeres Stück. Können wir noch ein Bot einstellen oder so? Wieso willst du ein Bot noch mit einstellen? Ja, keine Ahnung. Dann können wir mehr Kassen bedienen. Ah ja, das stimmt. Ja, man könnte wahrscheinlich noch mit mehr Leuten spielen. Ich meine, es sind gerade echt viele Leute zufrieden. So, ich mache den hier. Ich mache den hier. Der will nur einen Juice. Bitte sehr, Sir. Ich fülle mal kurz auf. Maudano! Nice. Ich habe gedacht, der Chef guckt gerade nicht hin. Da ist er wieder direkt am Pfuschen. Kaum kontrolliere ich nicht. Oh, hier ist jemand, der braucht Fried Chicken und Fries. Ja, bitte sehr, Sir. Tada! Oh mein Gott. Ja, das schnell. Alles? Alles? Es ist alles. Oh, der will auch alles. Machst du? Ja. Ja. Bitte sehr. Ja, guck mal. So, so macht man das. Wieder alles? Oh, oh, wir haben hier, wir haben keine Fries. Maudano, hol die Fries. Ich hole eine Box. Ja, schlecht. Ich pack die in die Fries rein. Oh mein Gott. Das war close. So, was will jetzt der Nächste? Äh, Bread. Der hier will auch wieder alles. Oh, das schaffe ich nicht. Oh, das wird, äh. Ah! Oh, Alter. Nicht schlecht. Fried Chicken. Äh, Soda und Fries. Soda und Fries. Zack. Ich versuche einmal aufzufüllen. Ich so, wir kriegen am Ende eine Statistik. Ja, ja, klar. Wie krass wir waren. Ja, und wer von uns mehr? Nein, das glaube ich nicht. Mitarbeiter der Woche? Ich bin der Mitarbeiter der Woche. Freund Walter? Ich bin der, ich bin hier. Soda, Bread, Fries. Äh, Soda, Bread, Fries. Machst du den einen? Ich mach dann den anderen. Oh, oh nein. Ich hab den falschen gemacht. Mach den. Ja, genau. Sehr gut. Puh. Ach, guck mal da vorne, Leute. Da hab ich mal Sachen wirklich in die Luft gesprengt. Fries, Bread, Juice, Fried Chicken. Meinst du, das ist der Fortsetzer von dem Feuerwehrspiel? Ja, ja, klar. Machst du den Fad? Ja, 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 ich hab ihn gemacht. Oh, wir können auch hier, äh, Second-Fries-Warmer. Ja. Zack, Alter. Direkt abgegradet. Moist-Fries-Chicken. Hier hab ich ein bisschen aufgefüllt. Und nochmal, ah, ja, hier. Okay. Ah, sie wollen einen Soda. Oh ja, Soda ist nicht mehr viel da. Kein Problem. Paletto füllt natürlich auf. Puh. Okay. Juice und Bread. Juice. Und Red für Sie, Sir. Okay. Funktioniert die Uhr da an der Wand? Manager, die Uhr funktioniert nicht. Ja, die Uhr funktioniert exakt so, wie sie funktionieren soll. Einmal ein Soda. Sie steht immer auf Arbeit. Ja. Hier ist jeden Tag Arbeitszeit. So, ah, oh, Maudado. Guck. Und genau deswegen bist du nicht der Chef. Deswegen bist du nur Angestellter. Weil ich bin der, ich bin der Kopf. Wir bräuchten eigentlich auch noch einen Namen für unser Franchise. Paldado. Du bist so klug. Hä, ist doch ein guter Name. Ach so, nee, mach du. Okay. Paldado ist doch super. Juice, fries, bread, chicken. Bread, chicken. Oh, das ist echt knapp. Manager, das Brot ist bei vorne. Ja, ich fühle auf. Kein Problem. Guck, aber das ist eine gute Arbeitskette so. Ah ja, die Pommes brauchen auch. Kann ich denn zwei grabben? Ah, nee, jetzt habe ich eins auf den Boden geworfen. Zack. Wenn man wenigstens auch hier teilweise sprinten könnte. Aber wir haben bald wieder Geld für ein Upgrade, Maudado. Keine Sorge, dann kriegen wir Double Bread. Ich mache hier Bread, Soda, Fried Chicken. Bread, Soda, Fried Chicken. Bitte sehr. Nein, ach, das war der Feier. Mann, der Chef ist so dumm. Oh, Fries und Chicken. Bitte sehr. Fries. Sehr gut, sehr gut, sehr. Alles gut. Ja, das tut mir leid. Das habe ich ein bisschen verkackt. Ja, ja, ist okay. Jetzt bist du wieder eins vorne. Ach, beim Verkacken? Mhm. Ah ja, einmal. Oh, oh, hier ist, ja, einmal alles. Achso, ich habe gedacht, du machst das. Nein, nein, nein. Du hast es doch gemacht. Ja, weil da lag so ein Ding auf dem Boden. Fries. Fries, Bread, Juice. Fries, Bread, Juice. Das war meiner. Und Fried Chicken. Ah ja, dann brauche ich jetzt nur noch einen Soda und das kann ich ihm geben. Ach, komm. Da hat das Chicken gefehlt. Ja, das war alles gut. Oh, der Polizist, Maurado, der Polizist. Oh mein Gott, wir brauchen Soda. Ja, mach schnell die Soda. Mach schnell. Mach schnell. Oh Gott. Hallo, schnell. Schnell. Ja. Ja. Ausgezeichnet. Nee, der hier. Was war... Hä? Ich habe gedacht, er ist die Soda ausgenauert. Ja, bei dem läuft die Zeit ab, Maurado. Warte. Soda. Ich kaufe hier noch Second Bread Warmer. Ich packe noch mal Sachen rein. Juice mache ich auch noch mal. Jetzt ist alles sehr gut aufgefüllt. Bread, Juice, Bread, Chicken. Also Brot kommt noch mal Double. Äh, da ist jetzt alles sehr gut. Na, Juice, war das das Richtige oder wollte der Price? Oh, nee, das ist falsch. Oh, oh. Nein. Soda, Juice, Bread, Chicken. Das kommt davon. Juice und Bread. Für Sie, Sir. Für Sie, Sir. Oh ja, der will alles. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Bitte sehr, Sir. Oh, das ist immer noch nicht pleite. Wann ist denn meine Schicht vorbei? Na, deine Schicht... Das ist noch ein, zwei Minuten, Maurado. Das ist ein, zwei Minuten? Ja, ja. Zack. Ist auch, ist bald zu Ende die Schicht. Ja, ist bald zu Ende. Ja, 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 ja. Einfach weiterarbeiten. Das ist immer gut, immer gut. Also, das wird unser Run. Ja, ja, ja. Ich frage mich halt, was wir holen können dann. Wie, was wir holen können? Ja, ich meine, haben wir nicht jetzt schon alle Upgrades, die man haben kann? Nee, nee, nee. Es gibt noch Tribble. Also, man kann noch... Man kann alles noch dreimal haben. Ja, ja, aber das kostet dann 500. Das ist zu teuer. 500? Ja. Und wir haben gerade mal 200. Ich gehe mal kurz auf Toilette, Maurado. Ja, ich bediene ja eh die ganze Zeit beide Kassen. Ah, Leute. Das wird so geil. Wenn er zurückkommt, werden wir halt so reich sein. Und dann wird er so stolz sein. Und er sagt, ah, Maurado, das hast du gut gemacht. Und das hat er heute noch gar nicht gesagt. Oder hat er das gesagt? Du bist ja doch noch da. Ich mache gerade Pause. Ja, ich muss mit den Kunden, äh, also mit unseren Leuten verhandeln. Mit unseren Kunden? Nee, nee. So was für neue Aktionen wir machen. Ob Big Mac ins Programm kommt und so. Strategische Sachen. Arbeiten. Ja. Aber Kamera ist auf dich gerichtet, Maurado. Mitarbeiter, das ist mir immer. Du machst das wirklich sehr gut. Sehr gut. Immer weiter arbeiten, Maurado. Keep rockin'. Living the dream. Living the dream. Okay, dann kann ich kurz mal das Brot nachfüllen. Maurado, da ist ein Kunde. Ich weiß. Maurado, nicht pfuschen. Warte, von hier sehe ich es sogar noch besser. Hier kann ich ihn noch besser überwachen. Oh ja. Schön, schön das richtig machen. Ja. Na ja. Wie? Wie, wir haben das Spiel verloren? Wie, wir haben, warum haben wir das Spiel verloren? Ja, weil du ihm was Falsches gegeben hast. Ich habe nach 30 Stück eine falsche Sache abgegeben. Warum haben wir das Spiel verloren? Ja, danke, Maurado. Jetzt sind wir pleite. Wir sind pleite und sind beide auf der Straße. Hast du gerade unser Geld ausgegeben? Nein, wir haben, ich glaube, das war unser 10. Fehler. Ach so, also ist es egal, wie viel Geld man hat? Ja. Okay. Aber nur gut, Leute, das war es mit einer kleinen Runde von Diner Run. Also, wenn es euch gefallen hat, dürft ihr gerne ein Like da lassen. Und dann schaut unbedingt bei Maurado vorbei. Der ist ganz oben in der Videobeschreibung verlinkt. Und habt alle noch einen Traum auf den Tag. Danke fürs Zusehen. Haut rein. Tschüss. Tschüss. Tschüss.